Bitteschön. Die beiden ACTA-Demos, die wir bis jetzt in Dortmund hatten, waren extrem gut besucht mit 2.500 und 4.000 Menschen. Wir haben das Zeug dazu, Menschen zu begeistern. Das können wir wie keine andere Partei zurzeit. Und das müssen wir mit in den Landtag bringen. Wir bringen Menschen in den Landtag. Wir können Menschen beteiligen an Politik. Das ist unsere große Stärke. Wir möchten gerne, dass Menschen sich beteiligen. Das zeichnet uns gegenüber allen anderen Parteien aus. Wir möchten Mitbestimmung. Und zwar nicht nur im politischen. Wir möchten auch Mitbestimmung im wirtschaftlichen. Wir möchten Mitbestimmung im sozialen. Und wir möchten die Menschen wirklich teilhaben lassen. Das, was eine Gesellschaft zusammenführt, das ist unsere Agenda. Und das wollen wir durchsetzen. Und das müssen wir unseren Politikern, die sich Volksvertreter zurzeit nennen, erst nochmal wieder beibringen. Wir möchten das. Wir wollen das. Und deshalb stehe ich nicht nur allgemein für die Liste zur Verfügung, sondern ich möchte auch gerne den Listenplatz 1 belegen. Ich möchte ganz, ganz dringend in den Landtag, um unseren Volksvertretern wieder das beizubringen, wofür sie eigentlich gewählt worden sind. An der Stelle könnt ihr gerne weitere Fragen stellen. Und ich hoffe, dass ihr mich wählt. Vielen Dank. Danke schön.